Willkommen im Diamond Country Club. Heute möchte ich euch eine Buttübung zeigen, die Spaß macht und euer Button effizient verbessern wird. Hier haben wir einen Halbkreis gemacht rund ums Loch, ca. 50 cm und einen 3 m Butt ausgesucht. Jetzt haben wir 5 Bälle und das Spiel beginnt so, dass wir mit 5 Punkten starten. Jeder Ball, der in diesem Halbkreis landet oder zur Ruhe kommt, passiert nichts. Wenn man in ein Loch darf man einen Punkt abziehen und ist man außerhalb dieses Kreises, wird ein Punkt dazu gezählt. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich auf 0 zu kommen. Das Ganze schaut dann so aus. Wenn ich jetzt den ersten Butt zum Beispiel kurz lasse, bin ich auf 6. Batte ich einen in den Kreis hinein, bleibe ich auf 6 und wenn ich einen Butt loche, dann wird einer abgezogen. Das Ziel ist es, wie gesagt, so schnell wie möglich auf 0 zu kommen. Viel Spaß beim Üben!